Was ist die Regionale Expansion in die großen Zukunfts- und Wachstumsmärkte der Erde? Die regionale Expansion in die großen Zukunfts- und Wachstumsmärkte der Erde ist einer der vier erklärten strategischen Schwerpunkte von Bertelsmann in den kommenden Jahren. Und Brasilien ist neben Indien und China einer dieser Märkte. Welch große Bedeutung Bertelsmann Brasilien und darüber hinaus ganz Südamerika beimisst, können Sie schon daran ablesen, dass wir gerade in diesen Tagen in Sao Paulo das fünfte Corporate Center von Bertelsmann eröffnen. Nach Gütersloh, New York, Peking und Neu-Delhi sind wir damit in den verschiedenen Kern- und Wachstumsmärkten für unser Unternehmen vertreten und untermauern unseren Willen, sie für Bertelsmann zu erschließen. Neu zu erfinden brauchen wir unser Lateinamerika-Orgagement nicht. Vielmehr ist unser Unternehmen in diesem Teil der Erde schon seit 1967 aktiv und betreut heute mit mehr als 3000 Mitarbeitern Geschäfte in Mexiko, Venezuela, Kolumbien, Chile, Argentinien, Uruguay, seit einigen Wochen wieder in Peru und natürlich in Brasilien, unserem Schwerpunkt in Südamerika. Die Aktivitäten aller vier Unternehmensbereiche erstrecken sich von Druckereien in Kolumbien und Callcentern in Peru, über die sehr erfolgreiche Verlagsarbeit von Random House Mondadori in Argentinien oder Mexiko, bis hin zu Grunardia Motorpresse und der TV-Produktion in Brasilien. Das ist nur eine kleine Auswahl und eine ausgezeichnete Ausgangsposition für weiteres Wachstum auf dem Mittel- und Südamerikanischen Kontinent. Das Wachstum wird entstehen aus den bestehenden Geschäften und dem Aufbau neuer Geschäfte. Wie in Peking oder Neu Delhi wird das neue Corporate Center in Sao Paulo eine zentrale Anlaufstelle für unsere Geschäfte und Geschäftspartner in Brasilien sein. Es wird zudem geeignete Investitionsmöglichkeiten in Wachstumsfeldern ausloten. Schon heute stoßen wir auf großes Interesse, bei Konzernen übrigens genauso wie bei Startups. Viele möchten gerne mit einem Global Player wie uns zusammenarbeiten. Vielen Dank für's Zuschauen.